Ich kann es gerade erzählen, okay? Darf ich einen Namen? Haben Sie Ihren Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Ganz los. Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem das geschah? Wir sind die Schuld, an dem das geschah? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.